Tja, ist das hier überzeugend? Ich sehe nichts. Da ist jetzt nachts um zwei, ganz nach dem Motto am 30. Mai ist der Weltuntergang. Oho, hier kann ich meinen Zoom ausspielen. Keine UFO. Oh, das bringt aber wieder nichts, die Wackelei. Also ein Hubschrauber, der hier fliegt. Ja, vermutlich nicht ohne wichtigen Grund. Über der Kölner Südstadt, der Hubschrauber zum Weltuntergang. Also der bringt ja jetzt nicht eine wichtige Person von A nach B, sondern, was macht er denn? Oh, er entwischt mir. Da ist er wieder. Aha. Vielleicht grüßt der Pilot gerade seine Verlobte. Sehr komisch. Aber er scheint ja hier irgendwas zu tun zu haben. System kann ich nicht erkennen, wie der hier sich bewegt, ganz langsam. Er steht quasi über der Bonner Straße. Und durch dieses blitzende Licht hat die automatische Optik keine Chance, sich da auf irgendwelche halbdunklen Sachen einzustellen. Nein, das blitzende Licht verblendet das Ganze objektiv. Na gut. Sie könnten ja jetzt meine Eltern im Verteidigungsversuch ihres Reviers versuchen, gegen den Hubschrauber auszugämpfen. Aha, jetzt fliegt er weg. Gut, also dann fliege ich auch weg. Schönen Dank für den Aufruf hier in dieser dunkel umwitterten Main-End-Session. Vielen Dank. Vielen Dank.